Der Bereich Aussteller und Produkte, die digitale Messehalle. Eine Messe bietet unter anderem den vollständigen Überblick über die Branche. So auch unsere digitale Eventplattform. Als Aussteller sind Sie mit Ihrem digitalen Messestand im Bereich Aussteller und Produkte der Hauptnavigation vertreten. In diesem Bereich präsentieren sich Aussteller und Partner. Sogenannte Kachelbilder fungieren als Zugang zu den verschiedenen Ausstellerständen, den Showrooms. Interessierte Messeteilnehmer und Aussteller können hier schnell und einfach zum Beispiel einen Termin vereinbaren. Der Showroom ist interaktiv und individuell gestaltet, sodass neben der markengerechten Vorstellung der Neuheiten und Produkte auch die Möglichkeit zum direkten Austausch mit dem Aussteller besteht. Im Audio- und Videoraum gibt es die Möglichkeit, sofort mit einem Ansprechpartner zu kommunizieren und Termine zu vereinbaren. Zudem gibt es innerhalb des Showrooms auch weiterführendes Begleitmaterial, wie zum Beispiel Videos, Bilder, Produktbroschüren und andere PDFs zum Herunterladen. Auch Links zu interessanten Sessions rund um das Business finden sich hier. Optimieren Sie Ihren Messerauftritt zum Beispiel durch das Einbinden eines Livestreams in Ihren Showroom. Präsentieren Sie in Echtzeit Ihre neuesten Produkte direkt live vom Messestand oder von einem anderen Ort.